Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken. Heute möchte ich euch das Addon Halt Talking Head vorstellen. Dieses Addon sorgt dafür, dass die Sprechblasen der NPCs für immer verschwinden und ihr sie nie wieder wegklicken müsst, weil sie euch einfach irgendwo unten in der Leiste oder einfach allgemein auf die Nerven gehen. Um welche Sprechblasen es sich handelt, das möchte ich hier anhand von der Instanz Atal Dasar einmal ganz kurz zeigen. Denn wenn man hier reinkommt, fängt Jasma hier unten, wie ihr seht, auch schon an zu sprechen. Und genau um diese Sprechblasen handelt es sich. Mit dem Addon Halt Talking Head werden die Sprechblasen einfach komplett entfernt. Heißt, egal ob ihr jetzt Weltquests macht, ob ihr Innis geht, ob ihr normalen Questen unterwegs seid, diese Sprechblasen sind dann einfach nur noch Geschichte und ihr müsst euch diese Sprechblasen dann nicht mehr antun. Denn viele haben gesagt, Brocken, diese Sprechblasen nerven mich. Das war bei uns aus der Community Gute-Tschwacker-Peter. Den hat das einfach mega genervt, dass andauernd diese Sprechblasen unten kommen. Er ist ja Klicker und dann geht das bei ihm unten auf die Leiste, die er sich da gebaut hat. Dann muss er das immer wegklicken. Vorher hat er gesagt, das stört einfach. Und vielleicht sind auch unter euch jetzt noch Leute dabei, die sagen, wow, krass, ich wollte die schon immer weghaben. Die sind einfach so mega nervig. Dann, wie gesagt, könnt ihr unten in der Videobeschreibung einfach auf den Link klicken, das Addon runterladen, euch selber in den Ordner reinpacken. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach High Talking Head bei Twitch eingeben, das Addon dort installieren heißt. Dann sind auch dort die Sprechblasen weg. Und wenn ihr sagt, das ist genau ein Addon, was ich gesucht habe, was einfach mega, mega krass ist, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Dann würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr dazu noch was schreiben möchtet, wie nervig ihr diese Sprechblasen selber findet oder fandet danach, wie auch immer, schreibt es doch mal in die Kommentare. Findet ihr sie nervig oder sagt ihr, das ist einfach ein Teil der Erzählung. Und ich finde es einfach auch gut, dass die Sprechblasen da sind. Wie gesagt, eure Meinung würde mich dort einfach mal interessieren. Dann haut es mir in die Kommentare. Und wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein. Ich bin raus. Euer Brocken. Vielleicht war es ski. Ich bin aus direr. Du-Mäasler-Energ风. Du-Memensier. Du-Memensier.